Beik, du nimmst nicht die Stage. Was? Du nimmst nicht die Stage. So bitte ich dir. Welche Stage? Ah, dein Maul. Du weißt genau, wie ich meine. Ah, nee. Ja, nee, nee. Ja, danke dafür. Macht richtig Spaß, der Anfang. Der Klotz ist da. Ja, Mann. Das ist so ein ekelhafter. Hä, warum? Der beste Stage, Digga, was passiert ist? Nein, das ist so langweilig. Man sieht ja warum die Schlauchstörung bei mir an. So, da wird es irgendwie umschlemmt. Deiner Tochter. Ah, Digga. Ah, Digga, jetzt habe ich mehr Platz dafür aufgegeben. Nein, das ist ein Hupe. Ja, natürlich. Ich meine ich doch. Ja, ich bin hier schon. Ich habe auf dem dritten Platz einen blauen Panzer bekommen, ne. Natürlich, ja. Aber ich wäre eh erster geworden, ne. Nein, blauen. Dann bist du Toad wieder, ja. Ja. Digga, nur weil ich am Anfang, anstatt weiterzufahren, die Schlauchstörung ausgemacht habe. Auf Ehrenloser. Auf Ehrenloser. Natürlich, natürlich. Du mögst dir ganz gut. Ja, ich nehme die Stage, die Stage ist ganz gut. Nein, wenn du... Halt mal auf deinen Maul, nein. Ich gehe gleich wieder. Oh Ehrenloser, nee. Auf unserer Track Stage. Hä, siehst du nice? Halt mal auf deinen Maul. Haha. Ja, geil! Haha, nice. Bruder, ich frage... Jetzt wundere ich dich, warum du keine Zuschauerwerke? Ja. Weil du mit dem Kack Stage nimmst. Hä? Was hast du denn? Ich hatte einen Ratscher auf dich geworfen. Ja, ich hatte eine Greenshell hinten dran. Aber ein Freund von mir hat auch einen Ratscher auf dich geworfen. Nee, nee, passt schon. Ja, okay, dann halt hier. Ja, die kommt jetzt. Äh, immer zwei! Höhöhöhöh! Okay, die anderen... Die haben sofort gestorben. Ja, ich wurde auch von der Ratscher getroffen. Ja, Digga, Elias gibt... Ja, Digga, die beiden überholen mich jetzt. Ja, warte mal, spielen wir online? Ja? Alter, das sind andere. Ja. Ach, deswegen sind die so... Bombrang! Ha, die Poffen! Oh, nee, Digga, die Ratscher... Wow! Wow, Digga! Wow! Digga, wie viele Blitze sollten noch kommen, Digga? Ich will drei Spritze, ich falle hier, Alter, meine Items. Was passiert? Paul hatte einen Stern und Rush nach vorne. Ja, Moin. Einfach die Banane außerhalb der Map geworfen. Bei Elias, wenn Eggwinds... Irgendwann, weil er den Hulk K2 gemacht hat, ist das Mamiibo gekauft. Wer geschmeckt? Digga! Der hat sich auch getroffen. Geil. Ehrenlos, Erich, Digga. Ehrenlos. Ich komm, ich nirgern! Ja, Blue Shell, wir gehören. Dann komm doch mal Blue Shell, ja, das ist sowas von kurios. Hallo, ich war da nicht da, Moin, Leute, Moin, Chat. Ich bin der Beste. Okay, jetzt der Erster. Ja, genau, Digga. Ich ramm, äh, Dings, Paul. Und genau in dem Moment kriegt er einen Stern und, äh, Dings. Habe ich auch noch Goldpiss bekommen als Zweiter, was ist hier los? Ich hab hier eingeholt welche. Erich kriegt sowieso die ganze Zeit Red Shells und sowas, Digga. Ja, klar. Ich höre es nur einmal eine Sekunde vor ihm, Digga, direkt kommt die Red Shell. Als fünfter einfachen, ähm, Kugelbilly. Digga, Paul hat immer noch Stern. Der Mitläufer. Der Wanderer. Digga. Ja, der Mitwanderer. Hä? Aber du bist ein richtiger Wanderer bist du. Digga, ich bin grad über die Lücke gefahren, ne? Aber weil ich klein war, bin ich einfach runtergefallen. Ja, brauchst du einen Piranha-Panzen bekommen? Digga, was ist mit den Items los? Ja, genau. Ja, richtig einfach. Ja, richtig einfach. Ja, richtig einfach. Ja, richtig einfach. Zwei, auf einmal kommt der Kamin. Digger, furios halten wir nicht mehr so viele Items, Digga. Erich, der Gott ist fünften Platz. Ey, nimm so einen Flughafen. Nimm so einen Flughafen. LOL. Ehren. Danke dafür, Becker. Warte, du möchtest direkt auswandern. Ja. Ich mach die Einsport-Taktik, ich spür dich. Eww, ich nehm die Eifen! ла! Ich hatte nicht mal eine Pitch mit Wasser hinterlosgevangen. Hey, immer komper keKeep選chwamm, immer! Immer. Man kann das einstellen, weil's wirklich... Ach. Der hat Hausbewohners. Hähe. Ja, fuck. Ja, Digga, meine Piranha-Pflanze wurde umgebrochen. Ja, genau! Verpiss dich 이�них, Alter! Verpiss dich, Digger! Nein! Halt auf der Worte! Bartos ist einfach vierter geworden. Weil er mit so einem scheiß Stern gekommen ist doch am Ende. Du musst ja mal umgewandeln. Du bekommst mal Rockets. Ey ich noch trotzdem zwei. Jede Runde. Jede Runde. So ohne Ehre zu gewinnen. Immer mindestens zwei. Jede Runde. Und du go! Acht gute Items. Ja genau! Elias überholt mich einfach in der Luft. Ich treffe Elias mit allen Items. Und er überholt trotzdem. Leute ich werde die ganze Zeit von Red Shills abgeknallt. Das kriegt Elias auch rein. Und schon wieder! Jetzt weißt du wie ich mich spiele. Sei einfach leise. Natürlich nicht. Ja Digga. Also von Steins geht. Das ist der größte Brainfuck. Ich habe Elias vorhin mit Dings getroffen. Mit Red Shell. Boomerang hintereinander. Und er hat mich trotzdem überholt wieder. Ja. Ich krieg nur Bananen Digga. Ja. Jetzt fahr ich in die Bananen rein. Weil ich die andere Itembox nehmen wollte. Ja das ist klar. Ja Digga ich krieg die ganze Zeit keine Items. Die ganze Runde nicht. Ja Berke ne? Wo bist du? Ich werde dich nicht mehr. Ah da bist du ja. Ja Digga was soll ich machen wenn ich keine Items hab? Ja mann. Ja mann. Ja mann. Nur ohne Items. Hey Google. Ich würd schon sagen. Besserer Toad. Ich bin nicht so gut. Ja. Ich bin ein. Er hätte mal den Krieg geklaut. Iremann. H herman. Ne Digga. Du wirst jetzt erst mal gemutet. Guck mal, was ist alles? Das ist der UpSmash. Ey, guck mal, warum ist die... Warum ist nicht das denn UpSmash? Viel besser. Nice, Digga. Dann würd ich sagen, mit diesem geilen Ereignis wenden wir auch den Stream. Danke an alle, die zugeschaut haben. Wir sehen uns beim nächsten Stream. Und ciao. Weiter.